Jedes Mal, wenn wir darüber reden, bringt es uns nicht weiter. Jedes Mal, wenn wir reden, verlieren wir. Wir kommen nirgendwo hin. Denk an all das, was du fühlst. Denk an all das, was du gibst. Denk an all das, was die Menschen, die uns hören, kommen. Daniel, lass uns rein. Wir klären das. Daniel, lass uns rein. Ich helde deine Zweifel, aber lass uns rein. Lass mich nicht draußen stehen. Daniel, lass uns rein. Jedes Mal, wenn wir die Dinge betrachten, scheint es nie zu genügen. Jedes Mal im Podcast packst du so schnell ab. Denk an all das, was ich fühle. Denk an all das, was ich gebe. Denk an all das, was wir bekommen. Daniel, lass uns rein. Wir klären das. Daniel, lass uns rein. Ich helde deine Zweifel, aber lass uns rein. Lass mich nicht draußen stehen. Daniel, lass uns mehr. Habst du los? Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between. Wir haben Folge 235 am 10.10.2024. Ich wollte gerade sagen 2004. Aber ich sage einfach nur, Daniel, let me in. Die hätteste Tür in Hamburg. Ja. Wo soll ich dich denn reinlassen? Hast du es echt nicht gemerkt? Nee. Hast du es nicht gemerkt? Nee. Das ist quasi gesehen 95% von let me in. Der Text. Bloß auf Deutsch umgedichtet. Okay. In die künstliche Intelligenz hineingegeben. Ach, guck mal an. Und wollte damit sozusagen auf die Beatsticks verweisen, die am Wochenende ein fantastisches Konzert gespielt haben in der Inselpark-Arena. Und du warst da. Und ich war da. Spontan eingeladen worden. Ich habe überhaupt gar nicht mitbekommen. Mit dem Clint-Word? Mit dem Clint-Word. Ja, guck. Bin ich da hingefahren und habe vor Ort noch weitere Menschen getroffen, die ich von hier, dort und da kenne. Mit ein paar netten Leuten vom FKP. Hingen wir da und haben die Beatsticks angeschaut. Und es war wirklich ein gutes Konzert. Es war so die Mischung aus Hits, ein paar Top-40-Songs und ein, zwei Songs, wo die Beatsticks wahrscheinlich selber sagen, ja, will vielleicht gar keiner hören, aber wir spielen den jetzt trotzdem, weil wir Bock drauf haben. Es war richtig, richtig gut. Ja. Haben gleich als zweiten Song Summer gespielt. Ja, bei den Festivals auch immer. Alter. Und ich habe gedacht, so, was jetzt diesen Song? Aber war richtig, richtig gut. War es denn voll? Ja, das war knallvoll. Ich glaube, das war auch ausverkauft. Ah, okay. Vorne standen noch die üblichen Leute, die halt ein paar Tickets noch loswerden wollten. Aber insgesamt war es so ein bisschen das Gefühl und das ist so ein bisschen, wo ich jetzt immer mit einsteigen wollte im Sinne von, diese zwei Wohlfühl-Konzerte, die in dieser Woche gewesen sind, haben mich richtig nach vorne gebracht. Okay. Einmal Wohlfühl-Konzert 1 waren Boys at Fire in der Großen Freiheit und einmal der Samstag nochmal mit den alten Leuten von früher die Beatsticks anschauen. Und alle sind in einem Alter. Das ist voll witzig. Die Beatsticks sind bei mir so eine Band. Und wenn ich da hingehe, ist das Publikum jetzt nicht definitiv viel älter oder viel jünger, sondern die sind alle mit mir zusammen älter geworden. Und das ist total, total strange, weil man auch so viele Leute kennt, die auf diesen Konzerten sind, die man schon mal gesehen hat, aber auf diesen Konzerten, weil teilweise habe ich irgendwie, keine Ahnung, die Beatsticks fünf bis zehn Mal im Jahr gesehen, weil die wirklich in jeder Kanne gespielt haben. Und die Leute sind einfach mit älter geworden. Bei denen ist es einfach nur so, dass sie maximal irgendwie mal aufs Handy gucken und zu gucken, ob der Babysitter gerade angerufen hat. Da ist sie so viel mit Handy hoch und Videos machen? Nö, eigentlich nicht. Es ist mehr so das Bier hochhalten. Und das Bier bei Let Me In. Aber das alkoholfreie Bier natürlich. Nee, auf gar keinen Fall. Da wurde ordentlich gesoffen. Also die Millennials haben sich mal richtig bei Kinderfreiheit eingegeben. Das war ein Samstag, ja, natürlich. Ja, dann hat man ja Sonntag frei. Ei, 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 ei. Aber die Inselpark-Arena ist eine fantastische Location dafür, dass es eine Halle ist. Dass es eine Halle ist, auf jeden Fall. Sie ist meine absolute Lieblingshalle jetzt in Hamburg geworden, weil ich war niemals da. Und ich habe ja auch, Gott, jetzt gehst du hier wieder rum. Entschuldigung. Willst du irgendwie anfangen, auch in den Podcast einzusteigen, oder soll ich dir ein bisschen erzählen? Nee, du erzählst doch gerade von Beatsticks. Ich war auch nicht da. Was soll ich denn da erzählen? Genau, während ich erzähle, bist du derjenige, der an der Zoom-Kiss rumnuckelt. Naja, ist ja egal. Es ist halt witzig bei den Beatsticks, weil sie wirklich dieses Niveau einer großen Band haben, aber trotzdem es schaffen alles wie so Top 40. Welche Störgeräusche willst du eigentlich noch einbauen, dass ich nicht anfangen kann, einen einzigen Satz auszusprechen? Das hast du jetzt gestört, hast du nur da. Ich habe das Ding halt auf dem Kopfhörer und nicht. Hast du das eigentlich gehört? Natürlich, dein Schmatzen, dein Schlurfen, alles, was du halt machst, höre ich auf diesen Kopfhörern. Das, was unsere Fetischfreunde gerne hören. Das, was deine Fetisch... Wir haben viele Fetischfreunde bei uns im Podcast. Deine Fetisch, ja, deine vielen Fetischfreunde. Daniels Kinky-Party, ich sage euch wieder Bescheid, wenn es losgeht. Ja, bald. Also, alte Männer, unangenehm betrunken bei den Beatsticks. Ja. Wie gesagt, ich war mit ein paar Leuten unterwegs, darunter halt auch eine sehr junge, gut aussehende Frau, arbeitet bei FKP und wir standen da so und waren in einer Bierlaune und sie hat ja auch ihren Bruder noch mit dabei gehabt. Und dann standen wir, sag mal so, altersmäßig, ich 42, er 28, 29 und sie gerade 22 standen wir halt so. Und bei den letzten Songs war es halt so, der Ausfallschritt der jeweiligen Ü40-Männer, Ü40-Single-Männer, die von den Frauen nochmal wieder rausgelassen wurden, der war schon relativ groß. Und auch die Art, miteinander zu kommunizieren. Also, alte Männer, die durch die Gegend gehen, so ein Bier in der Hand haben, wissen sie nicht, wo sie hin sollen und dann sehen sie ein junges, hübsches Mädchen. Und es ist wie, weiß ich nicht, als wenn du an einer Mülltonne stehst im Schwimmbad, irgendwann kommen die Wespen. Ja. So, und das war halt auch mit diesem attraktiven, jungen Mädchen, das dann zwischen uns stand. Und der Typ kam dann so an und meinte so, hey, hey, ja, da habt ihr aber Glück, dass ihr hier so in diesem Sandwich-Mode bei diesem jungen, hübschen Mädchen steht. Das war echt, oh, das war, ja. Oh mein Gott, wie unangenehm willst du denn sein? Und ich bin jetzt in dem Alter, wo ich folgende, also wo ich folgenden Spruch machen kann, finde ich richtig geil. Meinte so, ah, alles klar, kannst du bitte aufhören, meine Tochter anzugraben? Hast du echt gesagt? Hab ich echt gesagt. Geil, was hat er gesagt? Der hat sofort, du hast sofort in seinen Augen gemerkt, wahrscheinlich an die eigenen Kinder gedacht, an die eigene Tochter gedacht, wie das wohl wäre, wenn jetzt seine Tochter hier wäre und so ein Ü40-Dude würde die halt angraben und ist dann flugs abgehauen. Er hat nichts mehr dazu gesagt. Er hat gar nichts mehr dazu gesagt. Der war vorher, also man hat vorher, der Bruder hat noch was gesagt, ich habe noch so was gesagt und so von, ja, ja, ist jetzt aber nicht so geil. Aber der war halt einfach viel zu anhänglich, wirklich so, als wenn du so ein Schokoeis hast und möchtest einfach nur schlabbern und dann kommt da halt diese Wespe und sagt halt einfach, ich will aber auch dieses Schokoeis haben, ich will aber auch dieses Schokoeis haben und du bist dann derjenige, der dann einfach sagen kann, hey, kannst du auch mal eine Tochter anzugraben. Das ist gut. Das ist richtig gut, das mache ich jetzt immer. Das ist voll gut. Das könnte ich ja auch mit Minimum einer Künstlerin vor mir machen, wenn sie mal angegraben wird. Das ist ja voll gut. Das ist richtig gut. Ja, das ist richtig geil. Vor allen Dingen, du bist halt nicht in diesem... Mit zwei kann ich es sogar machen. Und es ist nicht Jan von Großstadt geflüstert. Können Sie bitte aufhören, meine Mutter anzumachen? Psst. Nee, aber wirklich, das funktioniert wie Arsch auf Eimer. Und ich habe auch, glaube ich, die Vermutung, warum. Weil wenn du vorher auf diesem, äh, könntest du mal meine Frau in Ruhe lassen oder könntest du mal meine Freundin in Ruhe lassen, bist du sofort auf dieser Art von Konfrontation. Und man, auf der anderen Seite ist so, ich mach doch gar nichts, ich mach doch gar nichts. Aber dieses, kannst du bitte aufhören, meine Tochter anzugraben, da passiert sofort die eigene Reflexion, was wäre, wenn das mit meiner eigenen Tochter so wäre. Und es funktioniert so gut. Voll gut, das merke ich mir auf jeden Fall. Es ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und das Gute ist ja, wir haben ja sehr viele Freundinnen, die wesentlich jünger sind als wir, die wir kennen. Das können wir bei denen allen machen. Weil die sehen ja auch so jung aus. Also selbst wenn sie irgendwie Anfang 30 sind, sehen sie aus wie Mitte 20. Ja. Weißt du? Da können wir immer noch sagen. Und jetzt mit meinem grau melierten Bart. Ja, geil. Ich hab mich dann kurz, hat auch ein bisschen wie ein Vater gefühlt. Ja. Mit meinen beiden Kids bin ich dann zum Bierstand gegangen und hab mir erstmal noch ein neues Bier geholt. Gibt's auch einen Grund, warum wir hier zwei Pflanzen stehen haben? Die hab ich aus dem Vogelnest herausgeholt, weil die, glaub ich, irgendwie, weiß ich nicht, das war Deko oder so, wär mir einmal ein Balsamico. Sind aber echt, ne? Ja. Und einmal, ah, wie heißt das nochmal? Nicht Minze, sondern... Ja, reit mal dran. Wenn man's riecht, Koriander. Nee, warte. Aber sieht aus wie ne Tanne. Sieht aus wie ne Tanne. Genau. Kannst mit würzen. Und alle HörerInnen werden jetzt gerade sagen, oh Mann, es ist das. Bereitet euch mal vor. Nee, aber es war echt schön. Und ich muss auch wirklich sagen, die Beatsticks haben es irgendwie immer noch drauf. Das war so ein solides Konzert. Das haben die, glaub ich, auf der Bühne halt auch gemerkt. Die haben sehr wenig vom alten Album, äh, vom neuen Album gespielt. Ich glaube, das kommt nicht so gut an, wie sie eigentlich denken. Ja. Oder gedacht haben. Aber dann kommen auch solche Sachen wie so, oh, was steht da auf der Setlist drauf? Arnim? Eigentlich egal. Lass uns mal die Setlist ändern. Und hinten nur von Peter so, oh, bitte nicht. Da muss ich mir ja Sachen merken. Und dann haben sie Keep On Rockin' in the Free World gespielt. Oh mein Gott. Und genau das Niveau war halt auch eine viel zu lange Version von Keep On Rockin' in the Free World, wo Arnim nochmal einfach so nebenbei auch spontan sagt, und jetzt Gitarren-Solo Bernd. Oh Gott. Und Bernd gnädelt sich da halt einen ab. Aber das ist schön. Das ist irgendwie, die nehmen sich halt selber nicht zu ernst und haben dann irgendwie immer noch, die haben halt irgendwie noch die Erfahrung der letzten 30 Jahre, weil nächstes Jahr ist 30 Jahre Beat Stakes. Und genau das Gleiche war bei Boyz II ja auch. Irgendwie eine Band, die es immer noch schafft, so ihre Power rauszubringen und all das, was vorher als Support da gewesen ist, und da gehört da doch Strike Anywhere zu, wo ich mir auch gedacht habe, was machen die hier eigentlich? Oh, kein Mensch. Warum ist dieser alte Mann mit den Dreadlocks, den blonden Dreadlocks da und warum hat er keine Slackline unter seinen Füßen? Aneignung, Aneignung. Eine kulturelle ist das. Ja, das hat er ja schon, ich glaube, die hat er schon früher gehabt. Ja, das heißt doch nichts, genau, abrasieren. Auch alles gut, aber auf einem Montag Strike Anywhere und dann diese Traurigkeit in seinen Augen, dass hier kein Circle Pit mehr entsteht, ist halt auch so, das ist vorbei. Deine Fans sind halt mit dir gealtert und keiner hat Bock, zwischen 40 und 50 Jahren da einen Circle Pit zu machen. Nee, da hatte wirklich keiner Bock. Nur eine Person stand da, wirklich, nur eine Person. Ich hab Bock abzugehen, ich hab Bock abzugehen. Aber Boyz II war richtig krass. Boyz II war wirklich, wirklich gut, weil auch so viele, glaube ich, nicht mitbekommen haben, dass es dieses Coming Out von Nathan Gray gab. Natascha heißt sie. Natascha Gray. Also, das ist halt normal. Ja, ja. Natascha Gray ist auch jetzt wirklich Natascha Gray. Und die war so sweet auf der Bühne. Die kam halt in so einem, wie so ein altes Oma-Kleid. Also, sie hatte so ein schwarzes Blouson an, dann so ein Oberrock, so einen schwarzen und so einen dunkelgrünen, sehr, also sehr spießigen Rock dann da drunter. Und dann halt die Boots dann dazu und ist aber abgegangen wie Sau und ist stimmlich wahrscheinlich auf dem Höhepunkt. Also, was da… Ja, naja, also bei Iron Rose ist es ja auch so, also seine Zweitband oder seine jetzige Band, die… Ihre. Ihre, schön. Ihre jetzige Band, die sie jetzt hat, da ist sie halt auch stimmlich mega gut. Habt ihr zweimal live gesehen mit der Band und das war voll gut. Also, von daher war das klar, dass sich das bei Boyz II auch hinkriegt. Was ich nicht gedacht hätte, nee, wie soll ich es sagen. Es gab schon viele Männer, die dann so, höh, warum geht denn diese, wer ist diese Person und warum trägt die einen Rock? Ach, das ist der alte, ah nee, sie. Gab es sehr viel Irritation, will ich sagen, aber ab dem dritten Song, die haben wirklich auch am dritten, also, die haben nur Hits gespielt, dritter Song war schon Who Let The Dogs Out, Release The Dogs, Release The Dogs. Und dann standen aber wirklich alle toxischen Männer und haben gesagt, scheißegal und singen halt mit und ich glaube, niemand hat das Ding halt auch verlassen. Also, ich habe auch gehört aus dem Flurfunk, dass es Konzerte gegeben hat, wo das nicht so gut angekommen ist. Okay. Aber da war es so, war es wirklich sweet. Und es gab auch ein, zwei Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die nicht so lange da bleiben wollten, weil sie eigentlich beruflich da gewesen sind, so, lass mal zu Boyz II gehen und gesagt haben, ja, es ist mir halt irgendwie gerade zu männlich aufgeladen, die da immer trotzdem geblieben sind, weil auf einmal so ein krasser Safe Space entstanden ist, als die das Ding halt öffnet haben. Und dann haben sie es 70 Minuten eiskalt alles durchgespielt und es war einer der fantastischsten Konzerte, die ich gesehen habe. Also, es war wirklich dafür, dass ich jetzt einen Monat nicht mehr, gar kein Privatleben mehr habe und auf kein Konzert mehr gehen will, wäre es eine gute Abschlusswoche. Dann hattest du eine gute Woche und ich hatte so eine durchwachsene Woche. Also, ich hatte eine, ein schlechtes Konzert war es auch nicht. Also, ich war mit Groscher Gefrüster in Stuttgart im Witzemann und am anderen Tag waren wir im Schlachthof in Wiesbaden. Und Stuttgart-Witzemann war auf einem Freitag nach dem Brückentag. Bedeutet, die hatten alle frei und die hatten alle richtig Bock zu saufen. Also, es war ein sehr saufiges, saufiges Publikum. Ein sehr saufiges, saufiges Publikum oder ein sehr saufiges, saufiges Publikum? Ah, das Erste. Ja, das Erste. Und ich bin, nach dem zweiten Song wollte ich raus und bin halt an der Bühne, bin weg und bin dann, wollte durch den Club laufen. Und dann sehe ich so einen Typen, der sich halt eine Kippe anzündet. Und im Witzemann ist es so, absolutes Rauchverbot, Kippe anmachen, fließt du raus. Ohne Diskussion. Steht auch überall. Weiß man, macht man nicht. Und er macht sich halt eine Kippe an und ich denke schon so, Hase, das wird jetzt richtig scheiße. Und das hat dann halt eine sehr gute Frau gesehen, die jetzt dann zum Hin. Und er sagt so, ey, mach mal die Kippe aus. Und sie war, glaube ich, auf dem Modus, das sie noch gesagt hat, weil er sie gerade angezündet hat, dass sie ihn hätte laufen lassen sozusagen. Weißt du, mach Kippe aus und dann, ne, schau dir die Show an. Und dann guckt er sie an, zieht an seiner Kippe und pustet ihr den Rauch ins Gesicht. Mmh, ganz tolle Idee. Und sie hat den Typen direkt genommen, zack, Arm auf den Rücken und mit dem durch den kompletten Club gelaufen. Was für ihn natürlich eine unfassbare Erniedrigung war von einer Frau, es ist gemerkt, von einer Frau rausgeschmissen zu werden. Und ich denke mir so, geil, das wird witzig, gehe ich hinterher. Ich muss ja eh raus. Und er hat sich wirklich auf dem ganzen Weg von der Halle bis raus, es dauert ein bisschen, aufs Übelste beleidigt. Also wirklich, Hure, Fotze, Drecksau. Also so richtig krass. Wirklich, echt total krass. Schlampe, ich hoffe, es geht dir schlecht. So, und sie ist halt voll cool geblieben. Dann hat sie ihn rausgebracht. Ich hab mich dann auch nach draußen gestellt. Und er ist halt völlig ausgerastet. Er war auch auf jeden Fall mehr als Alkohol im Spiel, definitiv. Das hat man an seiner Gestik halt auch irgendwie gemerkt und an seinen Augen. Und sie hat ihm ganz vernünftig erklärt, warum er jetzt rausgeflogen ist. So, weil er halt geraucht hat. So, er kennt das, hier hängen die Dinger überall. Na, geht nicht. Und er muss jetzt seine Jacke holen und muss das Gelände verlassen. Dann hat er gesagt, dass seine Frau seine Jacke hat. Dann hat sie gesagt, du musst die jetzt anrufen und dann muss deine Frau die Jacke halt bringen. So, alles klar. Er hat die angerufen und das Telefonat war dann so, ey Olle, komm sofort raus. Ich brauch meine Jacke. Und ich denk, Alter, was ist das für ein Typ? Und dann kam seine Freundin tatsächlich, so eine Frau, nicht Freundin, Frau. So eine voll schnuckige Maus einfach, so weiß ich nicht. So Mitte 30, schätze ich mal, noch so ein bisschen auf Indie getrimmt, so Klamotten mäßig. Und steht dann, guckt ihn an und fragt, was machst du denn da? Der hat mich rausgeschmissen, die Fotzen. Hör auf, irgendjemanden hier Fotze zu nennen. Weil da war sie schon sofort aggro, weißt du? Und er so, ich hab gehört. Und dann hat die Seku-Frau ihr das erklärt, warum er rausgeflogen ist. Und sie guckt ihn an, sag mal, bist du dumm oder was? Wir gehen ständig hier hin. Du weißt, dass du hier nicht rauchen darfst. Du weißt, dass du rausfliegst. So, was ist denn los? Und er dann wieder, du dämliche Fotze. Also zu der Seku-Frau halt. Und dann kam halt ein Kollege von dir an, der hat sich vor ihm gesagt, hör mal zu, mein Freund. Wir gehen jetzt raus und nennst du meine Kollegin noch einmal. So, haben wir beide ein Riesenproblem. Dann holt der Typ aus und haut dem Seku voll auf die Brust. Und der Seku war kleiner als er. Und haut ihm halt voll auf die Brust. So richtig. Und ich stehe da und so, boah, Alter, jetzt ballert das so richtig. Und der Seku guckt ihn an, Alter, hast du das gerade wirklich gemacht? Bist du eigentlich bescheuert? Und in dem Moment kommt seine Frau aus dem Ding raus. Du Vollidiot! Geht zu ihm, packt ihn wie so ein Hund in den Nacken. Und schmeißt ihn selber raus. Und die Seku stehen da und denken sich nur so, was passiert denn hier? Und beleidigt ihn. Alter, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann standen die draußen. Da hat sie immer noch beleidigt. Und gesagt, so, du bleibst jetzt hier und ich gehe jetzt feiern. Ich mache mir jetzt einen schönen Tag. Ist mir scheißegal, was du machst. Oh wehe, du bist um kurz nach elf nicht hier, wenn ich hier rauskomme, mein Freund. Dann ist hier aber wirklich zappenduster. So, dann ging sie wieder zurück. Ging an mir vorbei. Und ich guckte sie halt an und so, Alter. Wie geil ist denn das bitte? Dann ist sie reingegangen. Feiern. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Zweite Geschichte war, dass wir im Publikum eine Schlängerei hatten. Da war wohl ein ziemlich besoffener Typ. Der hat einen anderen Typ in der Nebenstellung immer absichtlich so angerempelt. Also dumm einfach so. Und dann hat der angerempelte Typ nach dem dritten Mal sie einfach umgedreht und ihm einfach auf die Fresse gehauen. Und dann hatte der Typ halt einen Cut hier oben, der genäht werden musste. So, von den Sannis. Dann sind die Sannis gekommen und so. 20 Minuten. Und dann haben die gefragt, ey, wie sah der aus? Dass er erklärt, wie er ausgesehen hat. Und die Sekus dann so, ey. Und haben mir dann auch Bescheid gegeben. So, ne? Das ist gerade passiert. Ist okay, cool. Haltet mal ein bisschen bitte Ausschau nach dem Typen und schmeißt den bitte sofort raus. Und 20 Minuten später kommt ein Typ zu den Sekus draußen hin und sagt so, Leute, ich habe gerade echt Mist gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Aber ich habe gerade so einen Typen richtig aufs Mal gehauen. Und das tut mir total leid. Ich würde jetzt meine Jacke holen und ich würde dann auch gehen. Ich lasse meine Personalien dann hier, weil der hat ja bestimmt Anzeige erstattet. Und die Sekus stehen da und gucken ihn halt so an und denken so, was passiert hier heute eigentlich gerade? Und der eine Sekus, ja, der hat keine Anzeige erstattet. Der hat halt schon einen Cut. So, ähm, also ja, du müsstest halt gehen. Das möchten wir. Ne, das verstehe ich total. Das war auch eine Übersprunghandlung. Ich bin überhaupt nicht gewalt. Und man war voll der süße Typ. Einfach so. Dann hat er seine Jacke geholt und dann ist er gegangen. Und das Witzige ist, dass ich beim Seku-Meeting vorher gesagt habe, dass unser Publikum, dass die liebsten Menschen der Welt sind. Aber nicht in Stuttgart. Und sich nie prügeln. Und wenn die Pogo machen, ist es eher als wenn Häschen aufeinanderspringen und so. Weißt du? So richtig, so richtig blöd halt. Und dann hast du halt, dann hast du halt so eine Geschichte. Weißt du? Prost hat Geflüster, aber nicht die Rechnung mit Stuttgart gemacht. So, und das Stuttgarter Publikum hatte richtig Bock. Also wirklich, es war ausverkauft, es war bumsvoll, die hatten richtig Bock, die sind gesprungen, die haben getanzt, die haben mitgesungen, alles gut. Aber alles, was zwischen den Songs passiert, also Jen und Raffi machen ja Ansagen, unterhalten sich und spielen sich so ein bisschen die Bälle zu. Also da ist noch so ein bisschen Entertainment drauf. Und das ist halt auch witzig, so. Und in 99,9% der Venues verstehen die Leute das. Also es verstehen nicht 100% der Leute, die da sind, aber es verstehen immer so mindestens 60 bis 70% diese Witze, so. Und Stuttgarter hat es überhaupt nicht verstanden. Gar nichts. Die konnten nicht mal im Takt klatschen. Steffi, Jan und ich, wir standen auf der Bühne und wir haben uns wirklich, ich habe mir fast in die Hose gepisst vor Lachen, wirklich, weil das so absurd witzig war, wie die einfach nicht mal im Takt klatschen konnten. Es ging nicht. Wirklich, es war nicht möglich bei keinem Song, dass dort im Takt geklatscht worden ist. Das ging einfach nicht. Und halt auch dieses, das ganze Gerede von den beiden ist halt so völlig verlaufen im Saal irgendwie. Das hat irgendwie keine Sau interessiert. Und Jen liest halt immer, Jen kriegt halt immer vorne noch so einen Spruch des Tages irgendwie hin für sie, damit sie auf der Bühne ein bisschen glücklich ist so. Und da stand halt diese Internet-Kids mit diesem Internet. Das habe ich irgendwann mal in Würzburg gesagt. Und dann hat sie gesagt, ah, ich habe ja auch immer so einen Zettel, meine Crew möchte immer, dass es mir gut geht. Soll ich den vorlesen? Und komplett witzig waren, voll am Ausrasten. Ja! Lese es vor! Weißt du? Und ich so, oh, das war krass. Dann hat sie das vorgelesen. Du hättest Grillenzirpen hören können. Hinten flog irgendwo so ein Wollbeil rum, weißt du? Wie in den Western. Und die drei gucken so auf die Bühne an und denken so, was ist denn in Stuttgart los? Was passiert denn hier in Stuttgart? So, das war so absurd, dass überhaupt kein Humor vorhanden war. Und das war völlig bescheuert. Das war völlig bescheuert. Das war das weirdeste Konzert, was ich jemals hatte. Wirklich. Ernsthaft. Ja, Schwaben sowieso. Ja. Schwaben und Humor. Schwierig? Schwierig, weil Großstadtgeflüster Berliner. Ja. Du Hamburger. Ja. Wir verstehen, Hamburger und Berliner verstehen sich in irgendeiner Form. Aber ich finde, Berliner und Hamburger haben sehr viele Ähnlichkeiten, obwohl sie doch sehr weit auseinander sind. Ja, ja. Aber wir können darüber lachen. Schwaben, nein. Nein. Also Stuttgart an diesem Abend, einfach nein. Einfach, einfach mal nein, nein. Schaffe, schaffe, häusel, boh. Wahrscheinlich ist das so, ich meine, ihr habt am Brückentag gespielt. Ihr habt am Freitag gespielt. Das heißt, vorher hatten sowieso alle Leute frei. Ein Großteil, wahrscheinlich der schwäbischen Fans, sind auch alles Millennials. So, die haben am Tag. Ja, schon. So, ne? Das ist ja vollkommen klar, dass du im Schwabenländer, dass du mit 22, 23, da machst du schon, schaffe, schaffe, häusel, baue, machst du hier Kinder. Ja. Und dann hast du halt dann eine 9-to-5-Woche und abends musst du halt irgendwie zur FDP und gucken, was im Ort. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber so ungefähr. Naja, vielleicht so ein bisschen. Kann ich mir halt einfach vorstellen, dass die am Tag vorher frei hatten, so, und erstmal nichts gemacht haben, weil ja auch die Kinder ja auch frei hatten und dann haben wir erstmal gesagt, ja okay, heute machen wir nichts, morgen machen wir richtig einen drauf, weil dann sind die Kinder bei der Mama oder bei der Oma und dann geben wir uns dann richtig und das, gerade als du das gesagt hast, warst du schon durch mit der Geschichte, weil du meintest, die Geschichte ist noch nicht beendet. Achso, ne, ich war noch nicht durch mit der Geschichte. Du meinst, wir haben ja immer noch den Typen, der draußen steht und von seiner Frau gesagt bekommen hat, wenn du die nicht draußen stehst, also, ne, dann gibt's richtig aufs Fressbrett. Ja. Er war dann, er war dann draußen, also er ist dann draußen geblieben, hat aber irgendwann angefangen, kurz vor Ende der Show Mülltonnen draußen umzuschmeißen. Weil das macht man dann auch so. Genau, und dann sind die Sekus auf jetzt hin und haben gesagt, ey, hör mal zu, mein Freund, das funktioniert so nicht und dann hat er tatsächlich den gleichen Typen, dem er vorher auf die Brust geboxt hat, dem hat er dann tatsächlich ins Gesicht geschlagen, also wirklich, also der hat einen richtigen Schwinger abbekommen und dann ist der kleine Seku halt auch sauer geworden und hat ihm auch zwei Schwinger gegeben und dann haben die den halt festgehalten so lange, haben aber nicht die Polizei gerufen, sondern die hatten ja die Nummer von seiner Frau und seine Frau hat angerufen. Und die kam halt aber auch erst nach der Show und ist dann dahin und hat dann, haben die Sekus ihr nochmal erzählt, was jetzt passiert ist und ist die wieder völlig ausgerastet und hat ihrem Mann halt wirklich so irgendwie so eine Backpfeife gegeben auf wieder den Nacken, also Hand in den Nacken, wir gehen jetzt nach Hause und warten ab, weil du morgen keinen guten Tag hast und dann sind die einfach abgehauen. Ey, das war so krass. Ey, der ist morgens aufgewacht und der hat keinen guten Tag gehabt. Also der Samstag war für ihn auf jeden Fall richtig scheiße. Vor allen Dingen, weil er sich an den Großteil wahrscheinlich nicht mehr erinnern konnte. Da weiß der mit Sicherheit nicht mehr, überhaupt nicht. Aber der Tag war ja an sich sowieso schön, weil ja auch Cold Years im Wietzimmer gespielt haben. Ach Mensch. Ja, das war ja völlig absurd. Ich hab mit dem Lichttechniker bei uns geredet und er sagt, ich hab dann gesagt, ja, Cold Years spielen ja bald bei euch, das wird voller schöner Konzert. Er so, nee, nee, die spielen heute. Ich so, hä, wo spielen die denn? Die spielen hinten im Studio. Ich so, hä? Und er geht halt so vor euch hinter ihm her und ich komm halt so rein und es stehen Cold Years da und bauen auf und ich so, hallo. Und Ross und ich also gucken so und ja, hallo. Und dann so, Daniel! Ich so, ja! Ich so, was cool ist das denn? So, dann wurde er erstmal ordentlich gehackt und ein bisschen geschnackt. Und was macht ihr hier und was machst du hier? Das war voll schön. Joe Estray war Support. Der kam hinterher auch noch an. Und dann hab ich mir drei Songs von Joe Estray angeguckt und die restliche halbe Stunde von, oder 20 Minuten von Cold Years. Und das war voll schön. Das war ein richtig schönes Konzert. Der Sound war unterirdisch scheiße. Das liegt aber an dem Studio und an der Anlage, die da steht. Aber die Songs waren super. So, hab ich noch ein schönes T-Shirt gekauft. Dann haben die noch Klebepässe von mir bekommen und weil die so früh fertig waren, die mussten so früh fertig sein, haben die sich dann tatsächlich hinterher noch die letzten 45 Minuten komplett von Großstadt-Geflusstagen geguckt. Und dann steht da halt so eine englische, weiß ich, Punk-Rock-Band auf einmal hinten so und guckt sich halt so eine deutsche Band an. Und ich bin kurz hin, hab denen noch ein Getränk gebracht und gesagt, irgendwie filmen und alle so, das ist total geil, wie abgefallen, das Licht und das bummst ja richtig. Und die Mergerin von denen, die war völlig außer Rand und Band. Die war nur am Dancen. Die stand da schon irgendwo ein bisschen weiter vorne und war da vorne am Abgehen. Das war voll schön. Das hat richtig Bock gemacht. Das war gut. Mir ist gerade die Überschrift eingefallen, als du von den Leuten gerade erzählt hast. Millennials und der Umgang mit Alkohol, wenn man ihn nicht mehr so oft hat wie früher. Ja, verstehe ich. Also für uns ist das ja irgendwie ganz normal, dass wir immer on Tour sind und ab und zu mal vielleicht hier mal ein Säktchen, da mal ein Bierchen. Und wenn man aber in so eine Halle reinkommt, wo jetzt zum Beispiel die Beat Sicks spielen oder wo jetzt Boys at Fire spielen oder auch Großstadt-Geflüster. Also ich will jetzt Großstadt-Geflüster nicht als Millennial-Band festmachen. Ja, aber sagen wir mal, ihr habt nicht die Fans von 17 bis 23. Doch, die haben wir, klar. Ja, die habt ihr natürlich auch, aber auf einem... Und sogar sehr viel. Ja, aber ich glaube, ein Großteil der Leute, die zu euch hinkommen, sind zwischen 27 und 38. Ja, aber nicht so krass wie bei den Beat Sicks. Wir haben auch viel mehr ein jüngeres Publikum als bei den Beat Sicks. Das kann ich mir schon vorstellen. In der Masse. Aber auch die sind... Ja, ja, natürlich, klar. Die sind in dem Reihenhaus gefangen. Und man kommt ja nicht mehr so oft zum Alkoholtrinken. Und dann, wenn das halt passiert und wenn du halt auch so einen Abriss halt hast, dann ist es halt auch mal richtiger Abriss. Das fand ich halt bei den Beat Sicks halt auch so, wie voll die Leute gewesen sind. Wie das nachher, als das Konzert beendet war, nach Bier so gestunken hat. Und auch wie viele Leute dann... Das merkst du ja auch anhand der Menschen, die draußen einfach vor die Location hinpissen. Wo du halt die ganzen Männer hast, die da in so einer Reihe von 30 Leuten alle an der Location wurden und denken können, wir können ja doch ein bisschen weitergehen. Sich da einfach hinstellen und dann so, ich lasse jetzt einfach hier laufen. Ist mir doch jetzt egal. So, aber dann hast du nicht mehr die jungen Punks, wie sie ja früher mal waren. Oder die sie ja früher mal waren. Sondern sind jetzt nicht mehr 18 bis 22, wo man sagt, ist das süß. Sondern die sind jetzt alle 40 bis 50 und wo man denkt so, oh, ja, irgendwie auch nicht geil. Und die können es dann halt auch einfach nicht mehr. Und ich habe das auch selber gemerkt. Ich bin ja überhaupt kein Biertrinker. Nee, überhaupt nicht. Ich hasse Bier. Ja, total. Aber gerade auch dann in der großen Freiheit oder halt auch in der Inselpark Arena immer diese 05er-Biere, die du dir so in die Hand gedrückt bekommst. Trinke ich gar nicht. Und dann trinke ich das und ich hätte lieber gerne einen Alster oder sowas. Und dann um dich herum sind aber, um Flüssigkeit zu holen, denkt man denn nicht so, ich hole mal nebenbei mal ein Wasser. Weißt du, meinst du, wie ich in meiner Gruppe, also wie meine Gruppe darauf reagiert hat, als ich mit fünf Zwievers angekommen bin. Mit was? Zwischenwasser. Ah. Zwischenwasser. Einfach 05er-Zwischenwasser. Bin ich halt angekommen und die haben alle so enttäuscht geguckt. Und ich sage so, nein Mann, ihr habt jetzt gerade innerhalb der letzten halben Stunde 2,5 Liter Bier alle getrunken, bitte. Papa sagt jetzt, ihr müsst jetzt Wasser trinken. Richtig. Und das Geile ist, dann haben die Let Me In gespielt und drei von den Leuten, ich sage ja nicht, wer das gewesen ist, sind nach vorne gegangen und haben dann diese drei Viertel vollen Becher dann einfach so in die Menge gefeuert. So wie früher halt. So wie früher halt, ne? Wirklich. Es sind genau drei Becher geflogen. Es gab dieser Becherwurf, ne? Und alle aus meiner Gruppe und nur, weil da was da drin gewesen ist. Ja, dieses Saufding, das hatten wir dann einen anderen Tag in Wiesbaden, wo wir im Schlachthof gespielt haben, möchte ich nochmal ganz kurz eben sagen, der Schlachthof in Wiesbaden ist einer der tollsten und schönsten und stabilsten Läden in der Größe 2300, genau, 2300, die ich kenne. Ich meine, ich war schon hundertmal da, arbeitsmäßig, wie, ich gucke mir da Konzerte an. Ich habe da so viele Konzerte gesehen. Und es ist immer noch so, dass die einfach so stabil sind, dass die halt gegen Nazis sind, dass die für Immigration sind, dass die ständig Workshops machen, dass die so süße Sachen draußen stehen haben, wie eine Frauen- und Everyone-in-between-Haltestelle. So, da können sich nachts Frauen und Everyone-in-between treffen, wenn sie nicht allein nach Hause gehen wollen. Und dann treffen die sich da und dann gehen die zusammen allein nach Hause. Also dann gehen die zusammen allein nach Hause. Ich meine, wie schön ist denn das bitte? Wie toll ist das? Und der ganze Laden ist halt cool und schön und das macht voll Spaß. Und da haben wir halt auf den Samstag gespielt und da waren die Leute auch unfassbar besoffen. Aber das ist in Wiesbaden immer so. Ich glaube, ich war noch nie auf einem Konzert in Wiesbaden, wo die Leute nicht unfassbar besoffen waren. Und das war wiederum so ein richtig krasses Konzert. Da hast du auch gemerkt, so beim Pogo normalerweise oder beim Kreisaufmachen ist es wie gesagt so, als wenn Häschen aufeinander zuspringen würden. Da war es aber so, das war schon so ein bisschen doller. Da habe ich noch gedacht so, uiuiui, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und das kommt davon, weil Wiesbaden so eine Punkrock und Hardcore-City ist. Ist das so? Ja, natürlich, klar. Da spielt alles von, weiß ich nicht, Get Up, Kid, Jimmy, The World, Boy Sets, Fire, Hot, Water Music, alles spielt im Schlachthof Wiesbaden, alles. Komplett, immer schon. Über die 150 Jahre, wie es diesen Land gibt, war das immer eine Punkrock und Hardcore-Venue. Machen auch Popsachen, so wie Mia oder wie Grottergeflüster. Aber das ist schon so. Und auch die Leute, die da hinkommen. Das hast du auch gemerkt. So, bei den Mädels und auch bei den Jungs, die hatten dann beim Pogo ein bisschen mehr Bock. Zu schubsen. Aber das war trotzdem cool, ne? Das war nicht irgendwie gefährlich oder irgendwas. Alle haben aufeinander aufgepasst, alles war geil. Und ich war dann draußen mit dem Bekannten, der vorbeigekommen ist. Wir haben geraucht. Und dann kamen immer wieder Leute raus zum Rauchen, so. Und die haben sich gerade die Kippe angemacht. Und dann kam wieder ein neues Song. Und dann so, scheiße, das ist der Song. Und wieder rein. Dann kamen die Nächsten raus, haben sich die Kippe angemacht, vier, fünf Dinger gezogen oder ein Bier getrunken. Und dann kam der nächste Song. Scheiße, das ist der Song. Und alle wieder rein. Das war so eine witzige Fluktuation, nennt man es, glaube ich, ne? Fluktuation. Fluktuation draußen. Fluktuation. Von reingehen, von reingehen und rausgehen. Und sobald man irgendwie einen Song gehört hat, sind die halt alle sofort wieder reingestürmt, so. Und irgendwann kam der Seco-Chef an. Und er sagte so, ey, alles cool gelaufen. Eure Leute sind wirklich Zucker. So keiner irgendwie assi oder so. Voll gut. Und die haben auch alle hier so Diadems gehabt, so Krönchen und so. Männchen wie Weibchen, sagt er. Und in der Krone hatten sie auch einen. Tam, 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 tam. Das hatten sie auch. Das war krass. Also Wiesbaden war echt schön. Und wir hatten zum aller, aller, allererst Mal in der Bandgeschichte bei, also, was weiß ich denn, denke ich. Aber bei Huckepack, bei einem Song, gehen die meistens Mädels ja so bei ihren Freunden auf die Schulter oder bei ihren Freundinnen. Diesmal war es andersrum. Nee, 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 war auch so. Aber wir hatten diesmal einen Dreier. Wir hatten drei Leute übereinander. Huckepack. Mama, Papa, Kind. Nee, keine Ahnung. Unten stand ein Typ und oben waren zwei Mädels drauf. Das war krass. Respekt. Ja, das haben wir auch gesagt. Respekt, Alter. Ja, aber auch, also, ne, das ist schon. Die Person in der Mitte. Ja, genau, die Person in der Mitte. Die man das Ganze ausbalancieren muss. Ja, genau. Das war schon krass, auf jeden Fall. Also, Schlachthof Wiesbaden. Bester Laden. Lieb ich einfach. War alles, war alles, alles einfach toll dran. Ah, schön. Das war schön. Darum war das halt so ein Switch-Ding von Stuttgart. So, versteht kein Mensch. Und Wiesbaden hat halt alles verstanden. Ja, dann hast du trotzdem doch eine schöne Woche gehabt. Ja, es war eine schöne Woche. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt nicht so eine schöne Woche gehabt. Ja, weil Stuttgart so komisch war von den Leuten. Und ich finde dieses Prügelding, auch wenn es eine witzige Geschichte ist, oder witzige Geschichten, trübt das halt so ein bisschen den Abend, finde ich. So, weiß ich nicht. Ja, das trübt immer. Schon. Die ganze Aggressivität, die trübt schon ein bisschen. Doch. Ne? Das möchte man ja auch nicht. Ne, kein Stück? Ne. Warum halt auch? Ja. Ist doch überhaupt kein, gibt doch überhaupt gar keinen Anlass. Ne, es ist voll die Happy-Mucke. Warum musst du dich prügeln, Alter? Warum musst du scheiße zu den Sekus sagen? Genau, warum musst du so kacke sein, wenn alle, warum musst du so kacke sein, wenn sich alle anderen gut amüsieren können? Ja, genau. Warum musst du so scheiße sein, wenn alle anderen Spaß haben? Richtig. Solange diese Safe Spaces noch da sind, finde ich das gut. Bei den Beatsticks habe ich gedacht so, okay, die haben sich politisch keinmal so wirklich geäußert, bis zum Schluss. Da hat Ani noch gesagt, haltet dagegen. So, egal was kommt, haltet dagegen. Und das fand ich dann so, ja, okay. Gegen was denn? Ja, das ist, die weißt, du weißt doch, wie die Beatsticks sind. Du weißt doch, wie die Beatsticks sind. Gerade wenn es so politisch sind, irgendwie gibt es ja dieses Ding von Ani, Politik auf der Bühne ungern. Also jedenfalls nicht so groß, wie es bei den Donuts ist, dass sie sich auch mal so ein durchgestrichenes Hakenkreuz halten als Banner oder sowas rauszumachen. Das machen die Beatsticks ja eigentlich gar nicht. Das haben sie auch noch nie gemacht. So richtig. Aber haltet dagegen. Und sie hatten halt keinen Bock auf Nazis da. Die hatten einen riesengroßen Stand, keinen Bock auf Nazis. Und es ist so, ja, ist okay. Aber ich habe dann auch gedacht, so als ich dann hier stand, so in der Menschenmenge und irgendwie alle eine gute Zeit hatten bei Living on a Big Attack. Ja, Big Attack. Big Attack. Bei Big Attack habe ich gedacht so, oh, ist ja eigentlich so ein Safe Space, wo du dich auch politisch äußern kannst und wo ihr, wo es, wo es, ist doch eigentlich eigentlich ganz schön. Solange man das noch hat, finde ich das, finde ich das gut. Finde ich, bin ich richtig, finde ich richtig, richtig gut. Was findest du richtig, richtig gut? Und solange die Safe Spaces da sind, wo man nicht, wo man nicht das Gefühl hat, man wird irgendwie kontrolliert. Wo keine Kontrollettis sind, die, die sagen, ähm, was ist denn hier gerade passiert? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass ich gestern Nacht zum Einschlafen einen falschen Film geguckt habe. Was hast du denn geguckt? Eieiei, ich habe Zone of Interest gesehen. Ah, ja. Zone of Interest. Der ist gerade bei Wow draußen. Ich habe gedacht, es gibt niemals, glaube ich, einen richtigen Zeitpunkt, Zone of Interest zu gucken, wenn man sagt, man möchte, man möchte irgendwie einen guten Film sehen und ein gutes Gefühl haben. Es gibt immer nur dieses, wenn ich mir das jetzt angucke, dann macht das was mit mir. Ja, stimmt. Und gestern war so der Punkt, da habe ich gesagt, ich mache jetzt mal einen schönen Sonntag für mich alleine und es ist 20.15 Uhr, ich möchte mir einen Film angucken. Und anstatt zu sagen, ich setze jetzt auf Kong with a Godzilla oder auf Dune Part 2, habe ich gesagt, nee Mann, wenn der zwei Oscars bekommen hat und eigentlich der krasseste Film ist von A24 in den letzten Jahren, dann will ich mir den anschauen. Und dann habe ich mir Zone of Interest angeguckt und für euch da draußen, die das nicht mitbekommen haben, was das für ein Film ist. Es ist auch, na man, ich will, es ist nicht wie eine Dokumentation aufgebaut, aber man sieht. Man schaut Menschen zu. Man schaut, man schaut dem Treiben einer Familie zu, die direkt ihr Wohnhaus neben dem KZ hat. Und zwar dem KZ in, das berühmteste ist Auschwitz. Genau, das KZ in Auschwitz. Und man sieht nichts. Man sieht nichts, kein Leid, keine Erschießungskommandos. Man sieht nicht, wie Hunde Menschen zerfetzen. Man sieht nichts, sondern man hört es nur. Und das ist so krass, diese Familie bei den normalen, wir spielen jetzt mit den Kindern im Garten. Aber er ist der Leiter des KZs. Genau, er ist der Leiter des KZs und hat dort direkt neben dem KZ seine große Familienvilla. Und die haben halt einen wundervollen Garten. Man sieht den Kindern beim Spielen zu. Ab und zu sind ein paar Menschen, Juden, die Sachen liefern, Klamotten oder Nahrungsmittel. Das ist so eine krasse Szene. Da spielt der kleine Junge mit einer Taschenlampe oben in seinem Bett und sein kleiner Bruder. Was machst du denn da so? Was hast du nur da? Ich habe Zähne. Und dann siehst du halt diese Goldszene. Aber was wirklich beängstigend ist, ist das, was soundtechnischer drumherum passiert. Der Film ist so beklemmend dadurch und hat auch in dem Sinne keine wirkliche Story, sondern man guckt den wirklich beim Leben zu. Und am Ende, also Spoiler-Alarm, am Ende gibt es dann einen Einblick in Auschwitz und zwar irgendwann wird der Film geswitcht. Man sieht es, du hast ihn schon gesehen? Nee, nee. Du hast ihn noch nicht gesehen. Irgendwann switcht der Film am Ende in die Neuzeit und man sieht den Putzkolonnen von Auschwitz beim Saubermachen zu. Man ist in Auschwitz drin, sieht das als Museum unfunktionierte Auschwitz, das KZ und man sieht ganz viele Schaukästen und eines der krassesten Bilder ist ein Schaukasten, ein riesengroßer Raum, wo nur Schuhe drin sind. Und das sind keine, das sind keine 100 Schuhe, das sind keine 1000 Schuhe, da sind, da sind, weiß ich nicht, zehntausende von Schuhen drin und das ist so krass. Und dann putzen die das Ganze und dann ist der Film halt auch vorbei. Und das war so, wow. Am Ende, wo ich gedacht habe, ja, 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 ja. Danach brauchst du nichts mehr machen. Nee, dann brauchst du nichts mehr machen. Aber ich hab, nee, ich hab schon gehört, dass gerade in der jetzigen Zeit manche Kinos es machen, dass Schindlers Liste gezeigt wird mit, ähm, ähm, äh, hier, Free Entry. Also, dass du keine, dass du keine, dass du nichts bezahlen musst. Es läuft einfach Schindlers Liste, du kannst da reingehen, musst nichts bezahlen, kannst dir noch mal im Kino angucken. Und gerade Zone of Interest ist auch so ein Film, wenn ich jetzt, ähm, mit Jugendlichen arbeiten würde, egal in welcher Hinsicht, würde ich sagen, heute haben wir eine gute Zeit. Heute gucken wir uns Zone of Interest an und sprechen dann halt darüber. Weil es ist wie ein Besuch in einem KZ. Also nicht ganz, weil du, du, du fühlst es nicht, du riechst es nicht, du hast erstmal ein Gefühl von dem Raum. Aber die haben wirklich ein Jahr lang an diesem Sound, ähm, an diesem Sound-Engineering herumgearbeitet, ähm, haben, das ist super interessant, ich hab mir dann noch eine Doku angeschaut, die haben sozusagen das KZ nochmal aufgebaut, äh, für sich. Und, ähm, ähm, nachgelesen, was, wo, wie passiert ist und haben die Entfernungen gemessen und so das Sound-Design. Ja, wie laut das dann ist, ja. Wie laut das sein muss, dass, und du bekommst es nicht mit, aber die Bilder bauen sich in deinem Kopf ab. Mhm. Während, äh, während die Kinder, die Wasserrutsche runterrutschen, hast du ein Bild davon, wie ein Hund gerade einen Insassen oder eine Insassin jagt. Ja, ja. Und, äh, hast du ein Bild davon, wie gerade jemand mit dem Pferd vorbeireitet und einfach jemanden, der an der Mauer steht, erschießt. Und das ist so, das ist so weird, weil das nur über Sound funktioniert und das war so, boah, krass. Ähm, deshalb ein wirklich, wirklich sehr empfehlenswerter Film. Und das Tolle daran ist, der ist gar nicht so brutal. Den kann man auch mit seinen zwölfjährigen Kids, kann man gucken oder dann mal darüber sprechen und warum das halt nicht cool ist, äh, ab 16 schon zu denken, äh, auf den. Ne, war mal blau. Also, ja, und deshalb, so, so cool diese Konzerte auch gewesen sind, hatte ich immer dieses Gefühl, so, ja, okay, alles klar. Mhm. Wohin entwickeln wir uns dann? Oder wo hat sich jetzt auch gerade Österreichchen entwickelt? Hey. Ähm, das ist, das ist alles, das ist alles, äh, das ist alles zerbrechlich. Das ist alles nicht für immer. Also Demokratie ist nicht für immer. Oder unsere Art von Demokratie ist nicht für immer. Und wir sind gerade an so einem Punkt, wo wir, äh, echt, ähm, aufpassen müssen auf der einen Seite und uns das bewahren müssen, was wir halt irgendwie gerade haben. Ähm, und deshalb sind so schöne Konzerte, wie das der Beatsticks von, oder das von Großstadtgeflüster oder, ähm, das auch von Boys at Fire, ähm, so, so wertvoll. Auch gerade wenn, wenn, und gerade bei Boys at Fire habe ich mir auch gedacht, so, ey, das ist ein Thema, so, das ist für euch alle maskulinen Hardcore-Boller-Typen halt voll das Thema. Und schaut doch, wie es auch trotzdem funktionieren, nee, nicht trotzdem, aber schaut doch, dass es auch genauso funktionieren kann. Es muss jetzt kein, es muss jetzt kein, kein, äh, durchtätowierter Harder-Typ mit Muskeln auf der Bühne stehen und euch anschreien, damit ihr ein gutes Gefühl habt und in den Pit geht. Sondern es ist auch okay, wenn es halt eine Natasha jetzt macht, die vorher halt Nathan gewesen ist. Naja. So. Ja. Ah. Ja, da hast du es dir Sonntag auf jeden Fall auch nicht gegeben. Ich habe es mir Sonntag richtig gegeben. Da hast du es dir, ich habe es mir auch, äh, diese Woche nochmal, äh. Du hast es dir auch richtig gegeben. Ich habe es mir auch nochmal richtig gegeben. Da, äh, bin ich immer noch am Recherchieren. Da, da muss noch ein bisschen was passieren. Äh, da kann ich dann vielleicht das, das nächste Mal drüber erzählen. Ich bin ganz, ganz dolle in diese, in diese Pididi-Bubble abgewandert. Bist du in das Kaninchen? Bist du in diesen Kaninchenbau reingebracht? Alter, ich bin... Wir haben ja bis jetzt noch niemals drüber gesprochen. Ich weiß, ich weiß. Machen wir mal am nächsten Mal. Ich bin schon bei den Freimaurern. Also, 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 ich bin schon, ich bin schon so weit. Wie weit geht das jetzt? Alter, das geht, das geht so weit. Und ich habe aktuell gerade eine Deutsche bei TikTok, die so auf Satanismus und so in Anführungsstrichen spezialisiert ist. Die arbeitet dann für dich, oder was? Das klingt halt gerade so. Nein, die überall, die überall so Satanistenquatsch sieht. So, die nimmt zum Beispiel ein Video von Crow, wo er seine Pandamaske auf hat mit dem umgedrehten Kreuz und erzählt irgendwas vom Panda war Teufel. Und hier oben geht das Kreuz war Teufel. Dann nimmt sie irgendwie den Songtext auseinander. Das ist so irre. Und die Leute, die da drunter kommentieren, glauben das alles. Und I live, I live, I live, ist jetzt auch auf jeden Fall vom Teufel besessen, weil sie irgendwelche Symbolik auf ihren, auf ihren Kostümen hat und so. Und da bin ich halt reingerutscht, wo ich zu Pididi recherchiert habe, bin ich in diese, in diese Satanisten, weiß ich nicht, Querdenker, Schwurbel, wir trinken das Blut von Kindern, Dings abgewandert. Weil da, 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 da kommt es ja hin. Weißt du? Das ist ja auch so wahnsinnig interessant. Ja, ey, das ist so unfassbar krass. Lass uns da gerne das nächste Mal drüber quatschen. Da werde ich auf jeden Fall noch etwas recherchieren. Das ist einfach so viel. Und das ist so absurd. Und da ist so viel absurder Scheiß. Das ist unfassbar, wirklich. Michael Jackson ist im Übrigen nicht tot. Möchte ich nur mal ganz kurz eben sagen. Der wusste das nämlich schon damals. Kleiner, kleiner Teaser. Michael Jackson hat damals zu der Polizei gesagt, wo er wegen dieser Vorwürfe des Kindesmissbrauchs angeklagt worden ist und verhört worden ist, hat er gesagt, der größte Teufel wohnt drei Häuser weiter. Wir hatten drei Häuser weiter, weiter gewohnt. Und es war Paf, Daddy. Das war, es war Pididi, Alter. Die wissen ja auch voneinander Bescheid. Ich meine, die sind ja alle Nachbarn und wir kennen das ja selber. Wenn wir einfach mal in unsere Vergangenheit schauen. Wir sind ja auch Menschen, die vom Dorf kommen und die halt auch ein eigenes Wohnhaus hatten und auch Nachbarn und sowas hatten. Und das finde ich ja total toll an diesem anonymen Großstadtleben, egal welche Nachbarn ich habe. Ich habe ganz tolle und sweete Nachbarn, aber ich habe nicht das Gefühl der Lästerei in dieser Nachbarschaftsbubble. Das war auf dem Dorf anders. Aber auf dem Dorf ist das vollkommen anders. Das reicht ja nur, wenn du eine Freundin hast, die vielleicht 15 Jahre jünger ist als du. Thema bei uns gewesen. Oder bei uns, wer ist da eingezogen? Und zwar, ah, Transgender, Travestie, Künstlerin, aber nicht unsere Gute aus St. Pauli, Olivia Jones, sondern die andere. Wie heißt die denn nochmal? Lilo Wanders. Ah, okay. Lilo Wanders, Lilo Wanders ist bei uns. Aber Lilo Wanders ist auch eine Gute. Natürlich ist die eine Gute. Aber was das für ein Thema auf dem Dorf gewesen ist, dass die Lilo Wanders jetzt aus Hamburg kommt und Transgender und so. Das ist halt einfach, die Leute zerreißen sich das Maul. Und natürlich wird das in L.A., ist in L.A., oder? Die wohnen alle da. Die wohnen ja wahrscheinlich in irgendeinem abgesperrten Block, wo halt alle wohnen, mit Mauern drumherum und so ein Quatsch. Weißt du, es gibt ja diese Suburbs, wo die da alle wohnen. Und wenn du da eine richtig ordentliche Sexparty machst, mit Leonardo DiCaprio und Bruce Willis, mit Bruce Willis, Ashton Kutcher, alle, alle, Alter. Das ist völlig absurd. Und so ein kleiner 13-jähriger Justin Timberlake, nee, Justin Timberlake, nee, Justin Bieber, der hinkommt und so. Justin Bieber, Justin Bieber. Was machen wir denn heute? Gucken wir heute Highschool Musical und machen ein bisschen Popcorn? Nein, wir haben hier 40 Frauen als Buffet angerichtet und haben sie mit Pferdeberuhigungsmittel ruhiggestellt. Und du musst mit ihnen nicht schlafen? Genau, ja. Damit wir das auf Video aufnehmen können? Jaden Smith hängt da auch irgendwie mit drin. Der gibt auch die ganze Zeit Interviews, wo er da total krass von redet, dass er da Sachen gesehen hat und was er da gesehen hat und so. Das ist alles richtig übel. Ja, aber jetzt kommt ihr da draußen und sagt, das habe ich letzte Woche im Berghain erlebt. Ja, es kann halt sein, dass ihr das im Berghain erlebt habt, aber man... Also ich glaube, dass es im Berghain zu einem, ja, also gewollt ist, dass man sich ins Gesicht scheißen lässt. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, aber 10 Euro würde ich jetzt nicht dafür eintreten. Aber wir halten euch auf jeden Fall bei der Pedidi-Sache beim nächsten Mal auf den Laufenden. Ich werde da noch ein bisschen was... Das möchte ich aber auch. Ich möchte jetzt gerne, wir müssen ja morgen ja schon den nächsten Podcast aufnehmen, weil wir eine sehr, wir haben sehr, sehr ereignisreiche Wochen. Das ist richtig. Wir haben sehr, sehr ereignisreiche Wochen. Das heißt sozusagen, ich bin im Prinzip einen Monat fest in einer Großproduktion und komme da auch nicht mehr raus, weil ich nämlich gesagt habe, ich möchte diesen Sommer nicht so richtig arbeiten und ich möchte nächsten Sommer nicht so richtig arbeiten. Also arbeite ich halt irgendwie die nächsten, boah, ja, eigentlich bis Januar fast durch. Aber dann habe ich das erste Mal etwas, was ich schon immer wollte. Also ich habe so viele Leute auf dem Kiez kennengelernt, die halt gerade diesen Sommer dann auf dem, nicht auf dem heiligen Geistplatz, sondern auf dem Spielwubenplatz halt rumhängen und wirklich jeden Tag in diesen Containern arbeiten. Dann aber wiederum den Rest der Zeit irgendwo in Spanien oder Peru oder irgendeinen Trip und sowas machen und halt in dieser Zeit nicht arbeiten und fährt immer so, ah, ist schon irgendwie geil. Und das möchte ich auch dieses Jahr mal haben. Ob das jetzt so eine Entscheidung fürs Leben ist, weiß ich nicht so richtig, aber ich möchte das einmal haben, dass man so wirklich so abgesichert ist bis Februar und dann sagst du halt einfach die nächsten sechs Monate, nix. Also es wäre voll geil. Dann ab nach Spanien und in die Hüllen scheißen, so, keine Ahnung. Oder ins Berghain, wenn die Münder scheißen. Genau, in die Münder scheißen, kann man sich auch suchen. Ja, und ansonsten, andere Art vom Aufnehmen. Wir haben noch niemals darüber gesprochen, welche Staffel wir eigentlich haben, aber ich glaube, wir haben Staffel zwei, weil wir niemals irgendwie Pause gemacht haben, seitdem wir aufnehmen. Wir haben einmal Pause gemacht und ich glaube, am Anfang des Jahres hatten wir mal eine Pause gemacht und mal einen Monat nicht aufgenommen, also würde ich das hier als Staffel zwei titulieren. Ich habe nämlich letzte Woche zwei Tage lang einen Podcast betreut, der hieß Ziemlich Beste Fremde mit zwei InfluencerInnen. Einmal Seko, YouTuber und einmal Paula, die Freundin von Danny Ormo. Spieler bei Leipzig gewesen und ist jetzt bei Barcelona, großes Ding gewesen bei der Europameisterschaft und so. Und ich habe mit denen gesprochen, wie machen die das eigentlich? Macht die eigentlich so ein wöchentliches Format oder wie macht die das? Nö, wir sind jetzt in der vierten Staffel, wir haben uns jetzt irgendwie viermal getroffen und dann halt die Staffeln so durchgedreht. Also die machen halt irgendwie, die treffen sich irgendwo, kannten sich vorher halt nicht, nehmen dann halt irgendwie zwölf Stunden auf, reden nur über sich, wie eine Person irgendwie ist. Und dann so, ach Mensch du Daniel, deine Art immer ist, der Daniel, wenn der vor dem Mikrofon ist, dann ist der immer so. Und dann schneiden die das oder was, zwölf Stunden? Dann wird das geschnitten, das ist auch ein View-Podcast, also etwas, was wir momentan noch nicht angefangen haben, die Sache auf Video zu nehmen, oh es tut mir voll los. Das ist ein Anrufhause. Ja, ich habe es nicht auf Flugmodus gestellt. Und wer ist es? Das Vereinte Königreich. Ja, da kannst du direkt wegmachen, kennst ja keinen. Jein, ich habe das Gefühl, es wird ein Anruf sein, der basierend ist auf, wir möchten Ihnen gerne Folgendes verkaufen, Bitcoins. Ja klar, Bitcoins natürlich, möchte ich ganz sein. Aber ich bekomme solche Anrufe auch aus Österreich und auch aus der Schweiz und jetzt ist es aber so, teilweise, wenn irgendwelche internationalen Produktionen da sind, die ich gerade betreue, ist dieses, ach scheiße, ist das jetzt irgendjemand von einer internationalen Produktion oder ist das so ein scheißverfickter Typ, der mir halt Bitcoins verkaufen möchte. Echt, das ist super nervig. Aber was mir da aufgefangen ist, also die treffen diese jungen Leute, diese jungen InfluencerInnen. Das Ding ist dann halt auch ausverkauft. Da kommen dann 200 junge Leute hin und gucken sich das an, wie die beiden dann eine geile Dynamik auf der Bühne haben und darüber sprechen, wie krass das doch alles ist in der Influencer-Babe. Ja, aber wir sind viel weiter in den Staffeln. Guck dir doch mal irgendwie gemischtes Hack an. Guck dir mal gemischtes Hack an oder einen anderen Podcast und dann rechnen, dann rechnen das mal in einem Jahr durch. Ja, aber wir haben noch niemals eine Pause gemacht. Es gibt niemals... Nee, 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 aber wenn du es zerhacken würdest, dann wären wir jetzt in der sechsten Staffel oder so ein Quatsch. Oder in der achten. Du kannst es vielleicht maßgeblich anhand unserer gesellschaftlichen Situation, kann man das vielleicht aufteilen. Nee, von Jahr zu Jahr. Meinst du von Jahr zu Jahr? Es gibt schon Unterschiede, über die wir halt gerade... Okay, lass mich erstmal meins sagen und dann darfst du aussprechen. Ich glaube, es gibt in unserer Staffel folgende Situation. Wir haben die Corona-Staffel, die war relativ lang. Wir haben in Corona angefangen und wir haben grundlegend eigentlich immer, wenn Corona gewesen ist, das Corona bedient. Dann haben wir die Staffel gehabt, übergreifend, die Astra-Stube macht dicht. Das heißt, wir haben immer relativ viel, das Thema, auf das wir jetzt zurückkommen, zurückgegriffen, wir haben bald keinen Club mehr. Dann kommt die, wir haben keinen Club mehr, wir sind in der Hebebühne-Situation. Das ist schon die dritte Staffel. Das ist jetzt, wenn, dann wäre das jetzt, das wäre die dritte Staffel. Jetzt sind wir ja in der Hebebühne angekommen, es ist jetzt kein Neuland mehr von uns. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir uns in der Staffel bewegen, Deutschland wird rechts. Ich würde es anders aufteilen, wie alle anderen das auch machen. Die einen Podcast machen, also im Jahr, dann eine Sommerpause machen und dann wieder neu anfangen. Bedeutet, ein Jahr sind zwei Staffeln. Das machen die so? Ja, jeder macht das so. Nein. Hä, natürlich. Fest und flauschig, gemischtes Hack, Baywatch Berlin, das ist klar. Natürlich. Also wenn du nach Staffeln gehen würdest, natürlich. Du fängst am Anfang des Jahres an und gehst dann bis Sommer und dann machst du eine Sommerpause. Erste Staffel. Dann ist Sommer zu Ende, machst du bis Ende des Jahres und dann weiter zweite Staffel. Und dann das nächste Jahr wieder, dritte Staffel. Toll. Dann haben wir noch nicht mal ein Staffelfinale. Nee. Liebe Hörerinnen da draußen, welche waren eure Lieblingsstaffel? Wann habt ihr denn gesagt, oh man, das ist mir jetzt alles zu blöd und was da, das passt ja alles gar nicht mehr miteinander zusammen. Crony. 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 Ja. Ich merke das doch schon wieder, du bist schon wieder unruhig. Möchtest du jetzt gerne wieder aufhören? Du bist jetzt gerade so in so einer Unruhephase wieder. Ich merke das mal. Nee. Nein, ich finde, wir haben jetzt 45 Minuten aufgenommen, richtig? Das interessiert mich doch nicht. Achso, okay. Ich finde so 45 Minuten 50 finde ich voll die schöne Folgenlänge. Ist das so? Ist mir so aufgefallen, wenn ich Podcasts höre. Ehrlich? Nein, ist wirklich so. Ich kann, also alles, was bis zu einer Stunde geht, ja okay, aber alles, was über eine Stunde geht, interessiert mich schon nicht mehr. Ja, deshalb machen wir ja auch immer eine Stunde. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du eigentlich in der zweiten Staffel schon gesagt hast, wenn wir mal 90 Minuten Podcast machen, ist ja auch schön. Ja, aber dann. Du warst früher der Freund von, du bist früher der Freund der langen Folgen gewesen, aber du hast halt weniger zu erzählen. Genau, ich habe weniger zu erzählen einfach. Weil bei dir im Leben auch nichts mehr passiert, außer ich fahre auf Tour. Genau, weil ich einfach gerade viel arbeite und dementsprechend nichts erlebe. Das ist einfach so das Ding. Ich arbeite einfach viel, ich erlebe nichts. Ich kann jetzt 20.000 Geschichten von irgendwelchen Vorproduktionen erzählen, wie langweilig ich will zu sein, dann erhöht man ein Jahr. Weißt du, das interessiert niemanden. Das ist völlig langweilig. Ja genau, und das habe ich dir auch schon mal das eine oder andere Mal erzählt. Bring doch mal ein Thema mit. Hab doch mal einfach hier. Erzähl nicht nur von Themen, die du vorbereiten willst, sondern mach das auch. Glaub an dich, schaff das. Wenn mir was Gutes einfällt, mache ich das gerne. Und dann muss ich halt auch die Zeit haben, um mich da irgendwie vorzubereiten. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn ich das 10 Minuten vorher mache. Oh, warte mal, da kommt jemand rein. Ah, siehst du, das ist die kleinste Geige der Welt. Ah, witzig. Ja, ist das so. Ja, nein, aber... Ja, was denn? Was denn? Das ist gar kein Problem. Die Leute bezahlen ja nicht für deine Arbeitsverweigerung. Das hat ja mit Arbeitsverweigerung nichts zu tun. Aber wenn ich nichts mehr zu erzählen habe, weil ich nichts erlebt habe, dann höre ich ja dir zu. Weißt du? Ja. Also dann höre ich dir zu. Aber dann habe ich halt nichts mehr zu erzählen. Und das ist ja keine Absicht. Das ist ja einfach der Arbeit geschuldet. Nein, das ist nicht der Arbeit geschuldet. Nein, du hast da einfach leider, du hast leider nicht drauf, gute Fragen zu stellen. Immer noch nicht. Also, oder auch mal nachzufragen. Probier es doch einfach mal aus, wie es ist. Haben wir schon in solchen Situationen gehabt, wo Gäste denn da sind? Du kannst manche Themen halt immer gut einsteigen und von dir selbst erzählen. Und das habe ich auch mal schon so ähnlich erlebt. Aber du hakst dann zum Beispiel nicht mit Fragen irgendwie dahinter. Ist dir das schon mal aufgefallen? Weil du der Fragebär bist bei uns. Ja, du sagst halt immer der Fragebär. Ja, ich bin der Fragebär, natürlich. Ja, ja. Aber ich kann ja nicht immer mal der Fragebär sein. Kannst du mal der gute Laune sein. Und jetzt sind wir schon wieder am... Lila Laune. Du kannst mal der lila Laune sein. Ich bin der lila Laune. Nein, du bist ja gerade Matti, bist du. Ja, stimmt. Ich bin Matti gerade. Du bist der richtige Matti. Ja, ich bin richtig Matti gerade. Das stimmt. Kannst du... Ich meine, es ist unfassbar... Matti, was auch für ein scheiß Name das war. Matti. Was soll denn das? Willst du ein halbes Mettbrötchen oder was? Matti. Was soll ich gerade sagen? Matti mit Zwiebeln. Matti mit Zwiebeln. Ich hätte gerne Matti mit Zwiebeln. Und dann kommt er da an. Matti. Weil ich wollte... Was machen wir? Was sollst du? Wir müssen ja notgedrungen morgen noch eine Folge aufnehmen. Das ist richtig. Also wir müssen uns ja zweimal hintereinander miteinander treffen. Das heißt sozusagen, das, was du alles erlebt hast, kannst du nicht mehr erzählen, sondern hast ja schon für nächste Woche geplant, einfach ein bisschen in die P-Didi-Satanismus... Ja, das machen wir ja morgen gefühlt. Das machen wir ja morgen schon. Genau. Das wäre jetzt sozusagen deine Aufgabe. Aber ich habe auch ein Thema mit dabei. Ja. Und würde einfach sagen, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind jetzt nicht so in dieses Millennial... 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 Boah, Millennial. Hast du geglaubt, dass 2000 alle Computer dauernd abstürzen und irgendwas ganz Schreckliches passiert? Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. So ein Quatsch. Kannst du gleichzeitig nochmal nachgoogeln, wie viele Leute sich eigentlich das Leben genommen haben, weil sie geglaubt haben, dass 2000 die Welt untergeht? Bestimmt. Einige. Aber ich weiß, worauf du... Ich weiß auch, dass du vorhin gewollt hast, dass ich auf dieses Millennium-Thema eingehe. Das weiß ich. Und ich finde dieses Thema so langweilig. Ich kann niemandem erzählen, wie mich dieses Thema überhaupt nicht interessiert. Da können wir jetzt über Fußball reden. Und das finde ich schon so richtig langweilig. Und da habe ich keine Ahnung von. Aber dieses Millennial... Haben wir doch drüber gesprochen. Ja, aber dieses Millennial... Haben wir doch drüber gesprochen. Ja, aber du wolltest gern, dass da noch mehr kommt. Nein, aber ich habe es immer wieder aufgegriffen, damit man über den alten Mann, dem ich gesagt habe, dass er meine Tochter nicht angraben soll, zu deiner Großstadt-Geflüster-Prügel-Aktion nochmal einfach sagen so, ey Leute, wenn ihr nicht mehr mit Alkohol umgehen könnt, dann ballert euch nicht 3,5 Liter halbe Biere in den Kopf und fragt euch dann, ob ihr mit einem Auto nach Hause fahren könnt. Ja, ich wollte nur sagen, dieses ganze Jay-Z, wollte ich gerade sagen, das ganze Gen-Z und Millennium, das ist halt sowas von langweilig. Juckt mich halt überhaupt nicht. Ja, dann sag doch mal, was du auf unsere Astra-Colada-Nacht-Asyl-Playlist draufpackst. Was ich da drauf packe? Ja. Da packe ich heute einen Zuschauerwunsch drauf. Einen Zuschauerwunsch? Einen Zuschauerwunsch, nämlich von Steffen... Weil wir so viele Zuschauer haben. Zu Hörer, meine ich. Einen von Steffen, meinem lieben Produktionsleiter von Großstadt-Geflüster, der wünscht sich von Captain Planet 120 Sachen, weil es ist jetzt nämlich, es geht gen Winter. Also es wird kälter und so. Und Captain Planet hört man am besten in dieser Zeit. Captain Planet ist so eine Herbst-Winter-Band. Wegen der Traurigkeit und so. Ich wünsche mir einfach, was wir nämlich voll vergessen haben, und es ist total schade, Shanti von Fluppe. Fluppe haben einen neuen Song rausgebracht mit neuen Sängern. Habe ich überhaupt nicht. Habe ich überhaupt nicht. Das war in so einer Zeit, als die, wie ganz viele andere KünstlerInnen gepostet haben, wir haben keinen Bock mehr, das Instagame mitzuspielen. Wir machen jetzt nur noch das. Ah, in dem Modus war das. Okay. Ja, wir machen jetzt nur noch das, was uns irgendwie gut tut. Das haben ja, glaube ich, für zwei Wochen ganz viele junge Bands und KünstlerInnen gemacht. Und in der Zeit ist auch Shanti rausgekommen mit dem neuen Sänger. Und der ist, wie ich jetzt gerade sehe, der wurde noch nicht so oft gehört. Dann solltet ihr das ändern, würde ich sagen. Sollen wir das ändern? Machen wir mehr Instagram. Ja, machen wir mal. Apropos Instagram, was ist eigentlich mit Neufundert los? Warum gibt es denn Bandmemes nicht mehr? Hat Neufundert keinen Bock mehr, Bandmemes zu machen oder was? Was ist denn da los? Da ist ja Ewigkeiten nichts passiert. Also ich rede nicht von Bandmemes Hamburg, ne? Gibt es auch Bandmemes Neufundland? Naja, aber das erste Ding, was es damals gab, das waren doch Neufundland. Ich weiß gar nicht, wovon du jetzt gerade redest. Naja, es gab doch, wie hieß die Seite denn? Bandmemes Deutschland oder so. Genau, Bandmemes Deutschland. Das war auch Neufundland. Die Band Neufundland. Ja, klar, das war die Band Neufundland. Da sind wir so alle einig. Woher wissen wir das? Naja, weil wir das alle denken. Weil wir das alle denken? Ja. Okay. Das waren auf jeden Fall Neufundland. Ist das die gefühlte Wahrheit oder ist das ein Fakt? Nee, ich bin hundertprozentig sicher, dass das Neufundland war. Wirklich. Kein Scherz. Ja, bin ich will nicht. Ich glaube, das kommt aus dem Diffus-Kontext. Nein, auf gar keinen Fall. Doch. Nein, kommt nicht. Landstreicher-Diffus-Kontext. Nein, wir können nicht immer Landstreicher und Diffus so hochloben. Nein, 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 nein. Ich lobe die gar nicht hoch. Doch, ich schon, weil ich die geil finde. Aber das haben die, nein, vergess das wieder, was Hauke gesagt hat. Das war auf jeden Fall nicht diffus. Also da würde ich, also nee, das war Neufundland, Alter. Und in Hamburg war es Rauchen. Da können die das noch so oft sagen, das waren die nicht. Waren die. Sorry. Habe ich eigentlich im Podcast schon gesagt, dass das Diffus-Magazin online so ein bisschen wirkt, wie die Apothekenrundschau für die Gen Z? Ist das so? Habe ich gerade gesagt? Hast du gerade gesagt. Das kommt aber nicht von mir. Ja, von mir auch nicht, ich mag das Diffus-Magazin. Das kommt nicht von Neufundland. So. Das hat Neufundland gesagt, weil die beiden bei der letzten Diffus-Parte nicht spielen durften. Weil sie wieder Leoniden genommen haben. Aber wo Leoniden? Leoniden sind auf Tour, Hauke. Gehst du hin? Ich gehe nach Hamburg. Insel-Inselpark-Bump-Arena. Ich gehe nach Hamburg. Spielen die auch im Inselpark? Die spielen auch diese Inselpark-Arena. Das ist eine wirklich gute Location. Ja. Also eine wirklich gute Halle. Ich habe auch gehört, beziehungsweise ich habe gesehen, also gehört und gesehen, was die für ein Licht mitnehmen. Ich glaube, ich habe sie auch geschickt. Habe ich dir das geschickt eigentlich? Ich weiß nicht, ob wir hier darüber reden dürfen. Dass du mir, also darfst du mir zeigen, was die für ein Licht mitnehmen? Weiß ich nicht, habe ich es einfach gemacht. Das ist eine Scheiße, wo ich es her habe. Also. Habe ich dir das geschickt oder nicht? Ja. Also wir sagen jetzt nicht, was die da... Nein, wir sind verraten. Die haben es jetzt selber in der Story gepostet. Die sind ins Bauhaus gegangen. Ja, genau. Und haben sich acht fette Strahler geholt. Haben sich 80 Lampen als Backdrop geholt, sozusagen. Und noch links und rechts stehen nochmal ein paar Sachen. Und die werden euch so dermaßen blind machen, bis ihr kotzen müsst. So sieht es nämlich aus, meine Freunde. Richtig. Vor allem in den kleinen Clubs. Völlig bescheuert. Genau. Die muss Danny von Findus per Hand einschrauben. Ja. Völlig bescheuert. Zwölf Stunden lang. Ich bin gespannt. Aber jetzt komme ich gar nicht mehr zu meinem Wunsch noch. Ach so. Ach doch, klar. Mach doch. Was wünscht ihr denn? Leonie mit Kids oder was? Nein. Das neue Album muss, glaube ich, ein bisschen gepusht werden. Deshalb, weißt du was? Passt doch ganz gut zum Abschluss der Sendung. Der Sendung. Balance of Love. Von wem? Von den Leoniden. Ach so, von den Leoniden. Balance of Love. Es gibt ja mehrere Songs, die Balance of Love heißen. Stimmt. Weißt du, das große Balance of Love von Coldplay. Es gibt bestimmt mehrere Songs, die Balance of Love heißen, Alter. Genauso wie es mehrere Songs gibt, die Kids heißen. Richtig. Und deshalb heißt dieser Podcast auch Balance of Love. So ihr Lieben. Kauft euch mal Leoniden-Tickets für Hamburg alle. Da geht dann mal alles schön hin. Guckt euch das mal an. Gibt noch zwei, habe ich gehört. Ja, tausend. Und da geht... Ja, die Halle ist groß, mein Freund. Da passen 4000 Leute rein. Warum, 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 hier... Spiele nicht im Molotow. Nee, die spiele nicht im Molotow. Die dauert das immer ein bisschen länger, bis das Ding wohl ist. Die große Halle, die große Halle haben sich genommen. Genau. Und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr die nächste Folge hört, dann wisst ihr, dass es dann auch leider dann immer noch der 7. Oktober ist bei uns. Und wenn irgendwas in der Zeit passiert, also in der Zeit, in der nächsten, in der nächsten Zeit und ihr denkt so, Leute, was ist los, die Welt ist gerade ohne gegangen. Wir müssen arbeiten. Sorry, wir müssen arbeiten, da konnten wir nicht drauf eingehen. Und trotzdem kriegt ihr eure Woche. Eure Dosis Hauke und Daniel. Da kam ein bisschen Kotze hoch. Ihr lieben süßen Mäuse, kommt gut in die Woche oder raus aus der Woche, wie auch immer. Und wir hören es morgen. Gefühlt. Nein, nächste Woche. Tschüss.